Einen wundervollen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es um Fehler. Fehler sind ganz was Natürliches und die drehten auf. Und manchmal sind Fehler sogar etwas, das auftreten sollte. Denn ja, irgendwer hat angefangen mit Fehlern zu arbeiten und offensichtlich hat derjenige das nicht ohne Grund getan. Zum Beispiel sollte es nicht möglich sein, eine Zahl durch 0 zu teilen. Das heißt, wir können nicht einfach hierher gehen und sagen 42 durch 0, gebt das mal bitte aus. Denn 42 durch 0, naja, wer ein bisschen Mathe kann, der weiß, dass man durch 0 nicht teilen darf. Und wenn man sowas macht, das kann natürlich einfach mal aus Versehen passieren. Ich meine, der User gibt von mir aus einfach eine 0 ein, anstatt einer anderen Zahl, wie zum Beispiel 0,0000001 oder sowas. Aber ja, der Nutzer kann natürlich auch 0 eingeben, wenn er das möchte. Und dann haben wir aber programmiert, dass durch diese Zahl geteilt werden soll und so weiter und so fort. Und ja, dann gibt es eine Exception. Eine Exception in Thread Main, das ist dann zum Beispiel einfach, welcher Thread diese Exception gerade geschmissen hat. Und dann kommt hier hinten dran die Exception, die eben aufgetreten ist. Eine Arithmetik Exception. Ja, offensichtlich. Und zwar steht hier hinten dran auch geteilt durch 0. Und dann steht hier hinten dran sogar noch, wo das Ganze eigentlich aufgetreten ist. Sprich in Zeile 2 in der Datei Exceptions.kt. So, das ist was Gutes. Denn ja, wir wollen natürlich wissen, warum hier etwas fehlgeschlagen ist. Und je genauer wir wissen, was fehlgeschlagen ist, desto besser können wir uns auch damit auseinandersetzen. Und damit wollen wir uns jetzt in den nächsten 1, 2, 3, 4 Videos beschäftigen. So, wir haben also diese Exception hier und wir sagen jetzt mal nicht, dass wir das ausgeben wollen direkt, sondern wir wollen das einfach hier in unsere Variable x rein speichern. Das ist völlig okay so. Und wir sehen auch, dass das immer noch diesen Fehler gibt. Denn wir rechnen natürlich das direkt aus. So, jetzt, was wir machen wollen mit Code, der unter Umständen einen Fehler verursachen kann, von dem wir wissen, dass das passieren kann. Zum Beispiel, wenn ihr eine Datei öffnet und diese Datei existiert nicht. Oder wenn ihr in eine Datei reinschreiben wollt und ihr habt aber keine Rechte. Oder, oder, oder. Da kann so viel schief gehen immer. Oder mit Internet oder sowas, dass ihr zum Beispiel einfach kein Internet habt. Dann müsst ihr natürlich dem Benutzer sagen, hey, sorry, ich darf das nicht. Oder, hey, sorry, dein Internet ist gerade einfach abgeschmiert. Solche Dinge. Und das ist durchaus sinnvoll. Und sowas schreibt man in ein Try-Statement rein. Okay. Das heißt, wir probieren das Ding aus. Und wenn es halt funktioniert, dann ist gut. Das ist quasi der beste Fall für uns. Während, wenn es nicht funktioniert, dann fangen wir die Exception auf. Das heißt, wir sagen, hey, ich hätte ganz gerne diese Exception hier aufgefangen. Und dann sagen wir hier genau, okay, was kann denn hierbei schief gehen? So. Hierbei kann schief gehen, dass wir eine Arithmetik-Exception haben. Das heißt, was wir hier erstmal machen, ist, wir nutzen diese Arithmetik-Exception. Das heißt, wir sagen hier, wir fangen E vom Typ Arithmetik-Exception. Und wir wollen etwas mit E machen. Zum Beispiel, was können wir denn machen? Nun, wir könnten mal was ausgeben zu E. Wir können ja einfach mal E ausgeben, okay? Oder wir machen sogar ein Printline daraus. Und dann haben wir hier noch ein Finally-Block. Also, der Finally-Block, der muss nicht sein. Das ist quasi eure Wahl. Den könnt ihr auch weglassen. Aber wir wollen uns mal kurz angucken, was hier passiert in dem Finally-Block. Denn, ja, wir wollen hier natürlich auch noch mehr damit machen. So. Also, Finally wollen wir einfach mal Printline Finally, damit wir verstehen, wie das Ganze funktioniert. Okay? So. Wir führen das jetzt also aus und offensichtlich gibt es hier einen Fehler. Der Value x, 42 durch 0. Ja, das kann nicht funktionieren. Und anschließend geben wir den Fehler aus. Das ist in diesem Catch-Block hier, weil eben dieser Fehler auftritt. Das heißt, wir haben hier einen Printline und den Fehler. So, dann steht hier offensichtlich Java.lang.Arithmetik-Exception.Doppelpunkt. Und dann eben Divided by Zero. Und danach haben wir den Ausdruck oder das geprintete Finally hier. So, das da. Jetzt können wir natürlich auch einfach mal Folgendes machen. Wir teilen mal hier 42 durch 1. Da, wobei, nee, bevor wir das machen, zeige ich euch noch, was passiert, wenn wir hier 42 durch 0. Und hier unten dieses Printline, wenn wir hier einfach mal x ausgeben, ja. Wobei, nee, das können wir nicht, wenn wir hier einfach mal 42 ausgeben, okay. So. Und wenn wir das jetzt printen, ja, wir wollen die Fehler sogar absichtlich erzwingen. Dann sehen wir hier, okay, ich kann hier mit meinem x arbeiten. Ich kann hier dieses x berechnen. Ich bekomme diesen Fehler. Das Finally wird ausgegeben. Und danach gebe ich 42 aus. So. Jetzt habe ich aber gerade schon gesagt, ich kann x hier nicht ausgeben. Denn x ist hier gar nicht mehr definiert, ja. Die Definition von dem Value x hier oben, die kann ja schief gehen. Also ich meine, wenn ich hier 42 durch 0 teile, dann geht da offensichtlich was schief dabei. Das heißt, ich kann hier unten nicht einfach auf mein x zugreifen. Was ich allerdings machen kann, ist, ich kann natürlich hier oben auf mein x die ganze Zeit zugreifen. So. Und das heißt, ich kann hier auch x ausgeben, wenn ich das möchte, beziehungsweise ich kann es zumindest probieren. Wir sehen allerdings, dass hier offensichtlich x nicht ausgegeben wurde, weil natürlich hier der Fehler auftritt. Das heißt, sobald hier ein Fehler in diesem Try-Block auftritt, geht man diese Catch-Statements durch. Und dann schaut man, ist vielleicht einer dieser Fehler eine Arithmetik-Exception oder ist vielleicht ein Fehler hier eine, zum Beispiel, was wir auch schon häufiger hatten. Quatsch, nicht Catch, sondern E vom Typ Array-Index-Out-Of-Bounds-Exception. Zum Glück sind die Wörter nicht insane lang, ja. Also ihr könnt hier so viele Exceptions fangen, wie ihr wollt, okay. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir printen auch mal E. So, und wenn wir das jetzt ausführen, ihr könnt hier so viele Fehler fangen, wie ihr wollt. Es ist durchaus sinnvoll, jeden Fehler separat zu betrachten. Das heißt, wenn hier oben mehrere Dinge schief gehen können, dann macht ihr nicht einfach hier, ich catche Exception, das nennt sich dann Pokémon Exception, weil ihr Gotta Catch Them All macht, ja. Ihr fangt alle Exceptions mit einem Mal und gebt dann nur zurück, hey, hier ist was schief gegangen. Nein, ihr macht natürlich folgendes, ähm, ihr überprüft, hab ich Internet, hab ich, ähm, die Rechte, um diese Datei zu lesen, hab ich das, 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 das. Und dadurch könnt ihr dann eurem Benutzer wirklich eine sinnvolle Fehlermeldung geben, wie zum Beispiel, hey, du hast gerade kein Internet. Oder, hey, diese Datei existiert nicht, ja, solche Dinge. Während, wenn ihr alle mit einem Mal fangt, dann könnt ihr nur sagen, etwas ist schief gegangen und euer Nutzer hat keine Ahnung, was er eigentlich tun soll. Deswegen sollte man schauen, dass man hier eben mehrere Exceptions nicht mit einem Mal fängt, sondern jedes Ding separat betrachtet. Okay, so, und eben, wir catchen jetzt hier die Arithmetik Exception und die Array Index Out of Bounds Exception. Wichtig ist, dass wir hier in dem Printline offensichtlich nur die Arithmetik Exception ausgeben, weil es ist ja kein Array Index Out of Bounds aufgetreten. Selbst, wenn ich jetzt hier, ähm, sagen wir mal, Wahl Array dazu, ist gleich Array of, ähm, 1, 2, 3, 4, ja, haben wir vier Werte. Und danach printe ich meinen Array von, ups, von 42, okay, der kann offensichtlich auch nicht existieren, ja. Wenn wir jetzt das ausführen, dann sehen wir hier, dass wir trotzdem nur die Array, äh, die Arithmetik Exception bekommen, obwohl das hier offensichtlich auch fehlschlägt. Warum? Nun, wir gehen den Code durch, bis eine Exception auftritt und dann springen wir in die Catch Statements. Und wenn wir hier ein Catch Statement für Arithmetik Exception haben, dann printen wir das einfach und danach gehen wir in den Finally Block. Das heißt, die anderen Catch Statements, die sind gar nicht nötig, weil wir gar nicht bis zu diesem Code kommen, der hier fehlschlägt, okay. Während natürlich, wenn wir jetzt hier 42 durch 1 teilen, dann schlägt dieser Code hier oben mit dem Print Line X natürlich nicht fehl, dafür schlägt aber das da fehl. Sprich, wir haben hier eine Array Index Out of Bounds Exception und geben hier 42 aus, also quasi den Fehler plus 42, das ist dieser Catch Block hier. Da wird einfach der obere sozusagen übersprungen, weil wir haben ja keine Arithmetik Exception gehabt. Wir haben eine Index Out of Bounds, das heißt, das Ding hier wird ausgegeben, beziehungsweise dieser Block hier wird ausgeführt. Ihr könnt hier alles rein machen, was ihr wollt. Ihr könnt hier auch Returns machen, dazu kommen wir noch wann anders. Aber ja, genau. So, und wenn jetzt nichts fehlschlägt, also dieses Array ist auch natürlich nicht unten drunter definiert, hinter dem Finally Block. Das ist auch natürlich nur in diesem Try Block hier definiert. Und wenn wir jetzt allerdings hier zum Beispiel sagen, wir geben hier das dritte Element aus, weil wir den Fehler gerade gefunden haben und wir haben ihn gefixt, dann sehen wir hier, okay, ich gebe, oh, ich habe kein Print Line hier ausgemacht. Ich gebe 42 aus, ich gebe 4 aus, das ist das letzte Element hier. Und danach gehe ich nicht durch meine Catch Statements durch, aber, und das ist wichtig, in meinen Finally Block gehe ich trotzdem. Der Finally Block wird ausgeführt, egal ob ich einen Fehler hatte oder ob ich keinen hatte. Und das ist gar nicht so unsinnig. Zum Beispiel, wenn ihr eine Datei versucht zu öffnen, ja, beziehungsweise ihr öffnet eine Datei, irgendwas geht mit der geöffneten Datei schief. Zum Beispiel, ihr wollt dann aufs Internet zugreifen, man hat kein Internet, ja, dann solltet ihr aber trotzdem am Ende noch die Datei schließen. Und das könnt ihr zum Beispiel im Finally Block machen. So, und danach kann ich natürlich hier ganz normal meinen Code weiter ausführen, sprich, wenn ich hier auf eine Exception stoße, dann heißt das nicht, dass mein ganzes Programm abschmiert, sondern dann geht eben nur dieser Teil von Code nicht und der Finally Block regelt dann im Endeffekt den Rest. Das heißt, es wird einfach ein Teil vom Code nicht ausgeführt. Zum Beispiel könnt ihr im Finally Block dann auch wunderbar die Fehlermeldung an euren User schicken. Alles gar kein Problem. Und dazu sind Exceptions da. Und ja, das ist auch tatsächlich sinnvoll so. Natürlich kann man auch eigene Exceptions erstellen, eigene Fehler werfen und so weiter und so fort. Und das wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Allerdings will ich euch vorher noch eine Spezialsache zeigen, sozusagen, von Kotlin, die mit Exceptions auch so funktioniert. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.